Nach dem Hackerangriff auf die größte Benzinpipeline in den USA haben Ermittler den Großteil einer Lösegeldzahlung in der Digitalwährung Bitcoin wiedererlangts. Sichergestellt worden seien 63,7 Bitcoins im Wert von derzeit etwa 2,3 Millionen US-Dollar, teilte das US-Justizministerium am Montag mit. Dem FBI sei es gelungen, eine digitale Geldbörse zu identifizieren, die Hacker mutmaßlich benutzten, um eine Zahlung des betroffenen Unternehmens einzutreiben. sagte der stellvertretende Direktor der Behörde, Paul Aberty. Das Unternehmen Colonial Pipeline teilte Anfang Mai mit, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. Der Betrieb der Pipeline, durch die etwa 45 Prozent aller an der US-Ostküste verbrauchten Kraftstoffe laufen, wurde zeitweise komplett eingestellt. Besonders schwer betroffen war die Hauptstadt Washington, wo zeitweise 88 Prozent der Tankstellen keinen Treibstoff mehr hatten. Die US-Regierung vermutet hinter der Tat Hacker der Gruppe Darkseid aus Russland. Sowohl US-Behörden als auch IT-Sicherheitsexperten raten Unternehmen dringend davon ab, Lösegeld zu zahlen. Doch der Pipeline-Betreiber zahlte. Er hatte eine Zahlung von 4,4 Millionen Dollar autorisiert. Die umstrittene Entscheidung wurde damit erklärt, dass man sich über das Ausmaß der verursachten Systemschäden unsicher war. Laut US-Justizministerium informierte Colonial Pipeline das FBI rasch darüber, dass Darkseid in das Computernetzwerk eingedrungen sei und das Unternehmen das geforderte Lösegeld in Höhe von 75 Bitcoins entrichtete. Bei Ransomware-Attacken werden Daten auf Computern verschlüsselt und die Angreifer verlangen meist Lösegeld für die Freigabe.